So. Machst du? Nein, ich kann lang. Okay. Jetzt hab ich ja endlich mal mein altes Crosshair aus CSGO-Zichter wieder eingestellt. Mal schauen, ob das mal sowas bringt. Ich hab mich selber geflasht. Bei mir, einer. Einer ist wieder zurück. Ah, mit Double-Berretters. Oh, noch gut lang. Ich lass lang durch. Ja, ich weiß nicht, ob er beim Ding ist. Nein, nein. Bei mir ist immer noch einer Schad. Ja, eine lang kann da. Oh, fuck. Ah, schön bin ich. Da müssen wir da wach werden. Wach werden. Ich geh noch auf den Balken hin. Ui, Holz. Ah, scheisse. Bei der Mitte. Oh, man hat ja gewusst, dass ich pushe. Das gibt's ja nicht. Nice. Nein. Ein Mc10, da kannst du jumpen und dann triffst du die Headshots trotzdem. Ja, ja. Magst du zwei P250s legen und dann machen wir eh cool. Oder nicht. Pushen wir lang rein. Ich komm. Den russen sie und so. Boah, fuck. Ah. Ah, fuck it. Und da. Und der Mc10 hat er da auch noch mitgebracht. Burn hast du gerade auch noch gekriegt? Ja, schade. Hast du den Burn gekauft oder? Nein, nein, der hat er auch. Okay. Ja, ich falle nicht. Man war schon bei ihm sogar 85, gell. Bei ihm 5, gell. Man, er ist schon short, wie du bei mir mit AK. Jetzt mal ein schönes Nädel. Bin geburnt. Einmal geburnt. Flasht. Ich bin glaube beide bei mir. Die haben gesmoked auf dem Spot. Sind aber noch nicht drauf, was ich gesehen habe. Jetzt habe ich lange halt gar nicht mehr im Blick bekommen. Er hat lange geflasht. Ja. Ohne kurz lang. Ohne shot. Der zweite ist lang. Nice. Mit der Radigel kochen. Okay, die haben wieder MPs. Ohne ist lang. Der zweite ist auch lang. Okay, komm auf den Spot. Ist der da recht in der Ecke oder wer? Nein, ich glaube. Okay, sorry. Er ist im Library dann. Du, die Opas. Er ist rausgekommen. Ja, wenn sie zwei Headshots bekommen. Was liegt da? Äh, warte die Däcke. Im Halb. Okay. Im Halb-Step. Boah. Macht ein paar Stat-Dreck-Kills drauf. Okay. Wenn das nur Gau wird. Das wäre schön. nächsten Mal. Ohne. Ich werfe hinzu. Erstens nochmal. Ohne. Ich bin sowas. Weiter, weiter, da hat's ja noch, ja. Ah, der ist mit der Auto-Shotty wieder durch. Oder hat's versucht? Naja. Ich würde auf die Runde für das, dass wir schon so richtig aufgewärmt sind. Ja. Jetzt haben wir zwei Runde noch, gell. Ich gehe mal in die Library rauf, gell. Oh fuck! Oh fuck! Noch mal Auto-Shotty, schade. Ja, müsste aber los sein. Oh, schön. Also der andere ist low, er könnte ficken, wenn er gut gewirfst. Problemisch, der hat ein Shock-Gun. Problemisch, na. Ah, er hat den AK. Ah, ich bringe sie da mit, du willst segern. Dankeschön. Ja, na, warte. Na ja, passt ja. Ah, warte, 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 warte. Dankeschön. Ich hoffe, was geht, gell. Pistolen und... Move it, move it! Throwing Flashback. Incendiary out. Schnell Flashback geworfen, wieder aus der Kaufzone zurück. Throwing Swap over. Grenade out. Oh fuck, der ist ein Close-Shot. Neun Schuss, gell. Da hat's gedinkt. Da hat's gedinkt. Aber Raim, ich hab so ein Bruder geschaut, damit man mit dem Kopf sieht, ob das so wirklich klappt hat. Mach mal das Gutsch. Wir können... Ja, wir können nur spekulieren. So, sind wir lang durch, oder sind wir schon drin? Sind wir langrushen? Ja, passt. Hoffentlich kein Nade. Sonst Popo geöffnet. Ja, Library schon. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt. Ja, passt hier. Ja, passt hier. Triple Burst. Dann hat er Angst. Die spielen safe. Oh, oh, Graveyard, Graveyard. Ah, ja, da bin ich wieder mal klassisch an der Mauer hängen geblieben. Ah. Wenn wir Mac-10 short, dann gib ihm. Boah, okay. Ich nehme ein Smoke mit, um den von Library wegsmoken, wenn man offen kommt. Der ist close, gell. Na komm, andere ist. Ah, der ist auch schon da. Ja, ich hab nicht mehr so viel Schuss getötet, eh. Ja, ja. Hm, hm, hm. Ja, machen wir aber eh Kodigl und Gotcha. Okay, okay. Go, go, go! Ich schau, dass ich dann für Graveyard vielleicht für Epsos' snipe. Ich hab' die oben gesmoked. Ja. Das ist halt eine Timing-Sache. Boah! Ich hab' einen Headshot von Short gekriegt. Mit der Schock, gell? Ja. Autoshot' ich wieder. Aber vielleicht haben wir einen Mauer nicht, gell. Ich weiß das nicht. Er ist onside. Das Problem ist, ich weiß noch, was ich... Ah, sie meint den Schlangen. Oh, ja. Kommt der aber? Komm, pick nochmal los. Pick nochmal los, auf Lang, komm. Ich hab' das Gefühl, der pickt jetzt hier bei mir da. Ich hab' den onside nämlich sogar mal getroffen. Ich bin hossa. Im Pit. Fuck. Killt mich gleich. Ah, ja. Der steht onside und... Ah, die scheiß Autoshock an. Macht so viel damage auf die Distanz. Ja. Ja, ich glaub, wir müssen den Verlangen zuerst holen. Ja. Ah, shit. Schön. Warte noch, ich komm' gleich. Oder soll ich schon gehen? Oh, naja, kommen wir beide lang. Vor hinten, vor hinten, vor hinten. Nice. Er ist wirklich random gelaufen. Boah, der Lucky Headshot noch. Der Lucky Headshot mit 5 HP. Oh, Gott. Abdelikte. Okay. Oh, Feuerschlange, Feuerschlange. Screenshot. Screenshot Feuerschlange. Der ist hinter uns. Spoiler. Der hinter uns ist Spoiler gewesen gerade. Ich hab ihn gesehen. immer du die um den hinter uns. Ja, ja. Immer mehr um den. Nice. Boah, ich hab gerade seinen Kopf noch in den Voiler in den Laufen gesehen. Der ist gerade noch durchzumachen gestanden. Hm. Warte. Du bist jetzt gerade immer noch am Planten gesehen bei mir. Ja, da schon mal im Spawnplan. Machen wir's nochmal. Die sind greedy. Campen sie nochmal kurz aus. Oh, fuck. Flash up kurz. Ja, er schießt auf mich. Garne wird langsig wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wo der war. Also, ich hab noch. Nicht gesehen. Warte. Auf lang. Nein, ich hab mich leider selber geflasht. Auf lang. Nein, der Typ hat da auf Short. Naja, aber ich hab auf lang geschaut. Von dem kann ich nicht geflasht gewesen. Ja. Ich schaue, dass sie jetzt gleich Short laufen im Voiler rein. Dass sie dann von Short gleich. Er läuft aus hier. Er hat Short, glaube ich, gesmoked. Er hat Short unlang gesmoked. Oh, fuck. Pit. Pit ist ein Auto-Shotty. Also, wenn man lang geht, hat man gute Chance. Ah, da hättest du jetzt nicht rennen sollen. Der ist vor Library. Der rennt gerade weg. Der ist gerade links weggerannt. Der andere ist... Ja, da. Der andere hat Auto-Shotty. Die ist Pit gewesen. Aber ich weiss nicht, ob er noch tot ist. Du hast vielleicht Graveyard rauf. Okay. Ah ja. 18 Sekunden. 12 Sekunden. Ja, Mann. Ich habe es nur gedacht, dass er da vorne ist. Warum ziehe ich nicht da vorne? Ich war zu fixiert, dass er on-site ist. So. Wir müssen den auf Short zuerst. Ja. Ich komme zurück auf Short. Der ist schon ein Pit. Die darein ist lang. Du bist Felipe. Nein, fuck it. Nein, 70 und 55 irgendwie. Darum kannst du Inferno aktuell nicht spielen, weil das ist schon so eine Schocken-Map. Nur die ist noch ekliger als Overpass. Ich habe einen Golden Over 3, ich habe schon wieder einen Uprank gekriegt. Ich habe auch einen Uprank gekriegt. Ich finde das so lächerlich, dass man für Draws auch einen Uprank gekriegt. Das ist ganz so biös.